hallo meine lieben freundinnen und herzlich willkommen zu projekt ihnen hier das interaktivste projekt auf youtube ja auf jeden fall haben wir in der letzten folge diese schöne kasten ding hier gebaut hier kommt ein bisschen dreck drüber dass es nicht so ganz so blöd aussieht oder vielleicht nur so ein bisschen dachmäßig ich weiß auch noch nicht könnte man das hier so ein bisschen hätte ich hätte ein paar ideen können wir gleich mal umsetzen wir schauen einfach mal wie wir das ganze machen so vielleicht lasse ich mich etwas inspirieren von den tipps von hater der ist ja da immer ganz koll was das angeht so wir hatten aber in der letzten folge was wir zuerst jetzt machen nämlich hatte ich gesehen dass hier ein tropical wieder gewachsen ist den bauen wir einfach ab so gemein wie wir sind so haben wir nämlich neue sachen dazu gekriegt zum einen hier einmal eine melode fast hätte ich die schon gegessen aber ich dachte mir so nö macht es nicht setzt die mal hin so hier curry curry hat man nämlich noch nicht pineapple celery celery senf haben wir hier und ginger ginger ale fucking ginger so curry hatten wir definitiv noch nicht curry so kiwi hatten wir definitiv auch noch nicht kiwi so dann kann ich nämlich hier mein stift nehmen und mal gucken hier wir hatten das sind das sind blöd ich glaube ich bin blöd doch hier tropical curry und kiwi das einzige was wir aus dem tropical jetzt noch rauskriegen müssen ist sesam unbedingt sesam und und dann dann hätten wir theoretisch alles was zumindest auf der wiki steht daraus bekommen sage ich mal ach weißt du was wir haben ja ach guck mal hier ist einer gewachsen cool was haben wir hier ginger und tt geil fehlte noch oder mal gucken herb herb wo ist hier herb da tt ja ginger hatten wir ja ginger hatten wir ginger hatten war celery mustard hier muss ginger sein ja das ist ginger so den ginger den platzieren wir auch noch mal schnell so ginger und t das ist schön mit dem tt ich liebe tt wenn wir uns ja mal tt zubereiten hier wie cool ist das denn bitte so t auch einmal schnell aus dem herb müssen noch kaffee garlick und und spice leaf hat mir spice leaf nicht ich könnte schwören spice leaf hat mir schon irgendwo war es nicht wohl mir war so als hätten wir paar dings schon aber hier ist doch nichts gewesen oder war hier irgendwas verdammt der ist ja kaputt wir müssen anders machen das ist ja mies naja was soll's so wir wollten hier weitermachen müssen wir auch wenn wir das ganze ein bisschen schön haben wollen ich würde ganz gerne dann folgendes tun hier einmal 1 2 3 4 5 das ding und dann das hier so bedeutet dass hier das hier hinkommt und dann würde ich ganz gerne folgendes tun das soll nicht ganz gleich 5 rein sein sondern vielleicht 3 ich nehme auch immer ruhig den hammer hier den haben wir uns ja nicht umsonst gebaut aber nur die zombies sind nicht hier so einmal schon wieder die riet das ja ekelhaft so fackeln müssen wir uns auch bauen so 3 das bedeutet einen noch mal rein hier ich werde ich werde ich werde hier schon so langsam so ein bisschen weißt du paranoid könnte man meinen so kein 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 sinn für ordnung aber es juckt mich jetzt einfach nicht so das kommt erst mal weg gegen die schere machen wir das mal so die riet ist ja ekelhaft so ähm dann sammeln wir ruhig mal order ein hier ich glaube es kann nicht schaden das zu besitzen so dann machen wir folgendes machen hier 1 2 3 ne 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 achso dann muss ich ja auch kann ich das ja wieder zubauen hier das sieht man ja eh nicht achso ja ist richtig mhm so und dann hier hammer ruhig mal benutzen schaufel ruhig mal benutzen und dann sieht das ganze doch schon mal noch was aus so ruhig mal äh wieder einen stack davon das schissen wir uns einmal zurecht das hatte ich genommen wir müssen wieder gucken hier ich glaube fancy dark oak wood plank arrangement arrangement ja immer schön gucken dass wir hier nicht die zombies hier gleich vorher vom gesicht haben also dann müssen wir später ein bisschen dreck setzen noch so und dann machen wir uns das ganze hier auch nochmal ein bisschen vernünftig ne ruhig ein bisschen vernünftig und dann kann sich das doch schon mal sehen lassen oder das kann sich doch definitiv schon mal sehen lassen so hier ruhig fackeln hin hier ans ende nochmal fackeln hin hier hätte ich gerne fackeln so dann ja das ist gut das ist sehr sehr gut da müssen wir aber noch eine ganze ecke marble farben marble 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 mit einem marble das ist mein marble nein das ist meiner nein meiner tja mal gucken wie viel wir hier rauskriegen werden aber ich glaube wir werden wohl woanders noch mehr marble holen müssen wenn wir damit den ganzen Boden bis dahinten hin pflastern wollen so das Bett kann ja dann erstmal hier irgendwie zur seite dass da erstmal Platz besteht kann das hier mal weg das kann hier mal weg und das kann hier auch schon mal weg so Rest machen wir so schön und den Rest schüsseln wir uns dann schon mal richtig schön kauft so dann machen wir uns hier diese ich weiß auch nicht diese diese senke hier rein und wozu die gut ist das werdet ihr dann gleich noch sehen ich weiß noch nicht ob ich das weiß nicht ich kann das Bett ja hier einfach hin platzieren sie sind alle hier direkt runter auch nicht schlecht so dann können wir uns das hier mal mitnehmen wir können uns das hier mal mitnehmen ich kann gar nicht alles einsammeln so dann mal eben ganz schnell hier den äh Radbilder hier mal hin dann den Stencil Table der kann ja ruhig hier neben so Stencil Table dann den Dings ja und halt die die Pattern Chest dann sieht das nämlich schon mal nach was aus hier die Pattern Chest ja die Toolstation da einfach mal daneben hier die Pattern Chest hin so dann sieht das so schon mal nach was aus oder? oder? ja das kann sich doch schon mal sehen lassen dann haben wir diese sozusagen diese Senke so das nächste was man machen könnte wäre 1 2 3 4 5 der Vorteil mit den 5 jetzt dazu hat hatte ich überhaupt nicht dran gedacht aber das zahlt sich jetzt aus tatsächlich ist nämlich der folgende ja tatsächlich ich muss es nur richtig machen das ist das ist das Problem und da scheitert es dann meistens weil ich es nicht kann weil ich zu blöd bin sowas zu machen so hier das muss man einfach abbauen ich habe nämlich keine normale Axt wir müssen uns auch mal eine normale Axt bauen die Lumber-Axt ist schön und gut aber damit baust du dann immer irgendwie viel zu viel ab so hier wäre dann noch normaler Holz hier wäre dann das frei hier müsste man auch frei machen muss man dann irgendwie von oben gleich mal vernünftig machen so dann schüsseln wir die 19 mal hier zu hatte ich Dark Panel genommen ja ne mit Dark Panel joa ne siehst du jetzt kann man nämlich gleich folgendes tun ich kann zum Beispiel schon mal das hier machen so gut das sieht doch schon mal nice aus so dann kann man nämlich sagen einfach ähm dass man hier schon so naja wertvollen Krams hat reintut Ember und sowas und da könnte man unten Baumaterialien reintun die man so nicht braucht und dann könnte man hier auch Erze mit reinschmeißen und äh das Zeug und das Zeug so dann würde ich einfach mal folgendes tun hier auch wenn das jetzt gleich ein riesen Müll ist den wir jetzt hier haben Problem ist jetzt nur dass ich die Truhe erstmal brauche gib mir erstmal die Truhe hier Truhe gib sie mir gib mir die Truhe ich will die Truhe gib mir verdammt nochmal die Truhe jetzt ahhh jetzt musstest du doch langsam mal kommen hier da so mein Gott so jetzt kann man nämlich hier Samen 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 erstmal egal ob das hier irgendwie ordentlich aussieht Hauptsache wir schmeißen jetzt erstmal hier alles rein an Samen und Pflanzen so das Holz behalte ich Samen also jetzt müsste ich die jetzt auch noch abbauen so da kommt natürlich genau wieder Zeugs raus an der Ende guck mal her hier die Truhe bitte wenn es geht da schön so und dann kann man hier nämlich sagen hier Samen Samen das sind das sind alles Samen dann würde ich zum Beispiel sagen hier Natura Witchery Botania Pflanzen normale Pflanzen Natura wäre dann hier das ist Witchery 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 das ist normal Minecraft Samen machen wir das mal so Water Artischocken von Witchery und normal Minecraft Seeds so hätten wir hier diese Truhe und da würde ich ganz gerne folgendes machen achso warte ich würde ganz gerne hier auch nochmal dasselbe tun würde ich mal craften hier geh mal her hier verdammt so dann könnte man ja dann könnte man hier den Ertrag reintun hier Ertrag Ertrag alles so Farming Ertrag 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 alles Ertrag so noch mehr Ertrag das das die Kirschen würde ich vielleicht einmal nach unten tun das hier rein das hier rein so normale Sapling kann im Grunde hier mit rein so hätten wir die Saplings noch die können auch hier mit rein und dann bauen wir die noch schnell ab bauen das Ding da hin hier warte Moment so das Ding hier noch mit rein und dann voila hier auch nochmal schön gemacht so hier nehmen wir nach oben hier die Erze hin machen das mal so dann kann hier der Lomi dort noch mit rein und die Monster Drops können hier drunter so also hier unten da die ihr wisst schon so dann sieht das Ganze nämlich schon mal schön aus oder das kann sich doch schon mal sehen lassen hier so jetzt hätten wir noch noch Büsche müsste man halt überlegen wo man die rein tut hier vielleicht nach ganz rechts ja ne draußen regnet's und wir können hier einfach pennen gehen man ist das cool so als nächstes würde ich gerne folgendes tun ich würde ganz gerne ähm Problem ist nur ich weiß nicht wie man die nochmal machte ich mach mal Steck Sticks und jetzt mache ich mal Carbidas und ne Ende so wie ging das das waren normale Treppen ok ich glaube da muss ich mal eben nachgucken Wedge Sticks brauchen wir noch ok nichts leichter als das ne dann mal hier durchteilen dann die Sticks so haben wir mal 60 Stück davon gemacht und dann könnte man jetzt beispielsweise hier folgendes tun gleich und mal überlegen was ich was dann am besten aussieht ich glaube das hier ah ne hier muss ich gleich mal gucken wie ich das dann mach vielleicht lässt man das auch so keine Ahnung jedenfalls nein verdammt einmal überstehen lassen hier ja einmal überstehen lassen nein lass doch den Carb da muss ich halt mal eben ganz kurz den hier machen so hier wohl einmal dasselbe kurz das bauen wir dann gleich wieder ab so also was ich baue mir mal eben schnell ne normale Axt was was soll der Geiz hm was soll der Geiz hier komm hier guck mal hin so blub 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 und dann sind wir hier nicht ewig bei muss man nur überlegen woraus man denn das Dach macht ne woraus macht man denn ein tolles Dach aus Dreck ein Dreckdach na ich glaube ich verzichte also auch das Dreckdach haben wir denn hier noch so schönes Limestone Limestone Dach wenn man das jetzt noch super super zu nem tollen Dings macht der mit Limestone Tiles gibt es auch hier am besten so Dachziegel mäßig so ein bisschen so mit Ladsch Limestone Tiles wir können ja erstmal ausprobieren es muss ja nicht endgültig sein würde natürlich heißen dass ich das hier auch abbaue nein verdammt bohrte da ein Doppeldings draus ey so wie sieht das aus vom Weiten bisschen komisch ne müsste man vielleicht den hier machen dann sieht das doch schon mal noch da dann sieht das doch schon mal noch was aus oder das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht Problem ist nur dass wir nicht genug Limestone haben das ist dann natürlich etwas ärgerlich aber auch kein Weltuntergang so einfach mal mit Cobblestones aufstopfen hier bisschen frisch am Bau so frisch am Bau ist immer ist immer gut hab ich mal gehört sagte man mir einst dass frisch am Bau immer ganz gut ist wenn du zumindest der Bauarbeiter bist den das dann nicht juckt ob es scheiße aussieht so kann das auch mit ran und dann lassen wir das sozusagen im Berg drinnen verschwinden so besser geht's ja gar nicht haben wir sogar 19 noch übrig Problem ist nur wir haben kein Limestone mehr ja das ist natürlich dann ärgerlich ohne Limestone ich schau mal eben ganz kurz ich weiß nicht wieso aber die Pineapple die sieht immer ach die ist auch Major ok hmmm Ananas lecker Ananas Pizza so hier haben wir auch noch ganz viel Crab ganz viel Crab haben wir hier noch das muss alles noch sortiert werden und hier Limestone nein aber ganz viel Granit Limestone müssen wir dann irgendwie ran schaffen mal irgendwas gewachsen da ne ok Entschuldigung ein bisschen verhustet noch so Baumaterialien Baumaterialien aber warte mal gib mir mal zwei Stück und schiesel mir mal einen Cobblestone einen einzigen zu diesen ja cool bräuchte nur noch irgendwie Gras oder so so dann ist das doch schon mal gegessen dann ist das doch schon mal gegessen dann haben wir hier wieder riesig ein riesiges Stück geschafft und guck mal hier kriegen wir sogar Limestone raus müsste man sich überlegen ob man hier gleich mal ein bisschen mehr rauszieht den Rest dann halt mit Cobblestones dichtbaut oder so aber wir sind eh am Ende der Folge deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal auch wieder weil er wieder heißt interaktiv sein mit dem Ulti yo tschüss das war es dann auch schon wieder mit der heutigen Folge denkt dran eine Bewertung dazulassen und wenn ihr neu seid lasst doch ein Abo da auf allem mit dem Bis zum nächsten Mal.